Die Hamsterjagd Ich weiß, dass man fit sein muss, um Tiere zu retten, aber ich habe schon Schmerzen in den Füßen. Chili, du hast überhaupt keine Füße. Oh nein, ich hab sie mir umsonst platt gelaufen. Oh, Haustier-Alarm. Bronte braucht eure Hilfe, Haustier-Rettungsteam. Sagt, Spielzeug-Hamster ist in Gefahr. Schon unterwegs. Warte auf mich! Das Haustier-Rettungsteam. Oh, wann bin ich froh, euch zu sehen. Ami, liebt seinen neuen Ball und hört nicht auf zu rennen. Ich habe Angst, dass er sich verletzt. Wir übernehmen das wie einen künstlichen Karamelleiswächer. Folge diesem Hamster. Ich weiß eine Abkürzung. Und ich fange ihn mit diesen superweichen Rettungsanschuhen. Oh, Wai! Es muss uns was anderes einfallen. Steigt ein. Durch diese Straßensperren kommt kein Hamster durch. Oh nein! Wir müssen ihn aufhalten, bevor er beim Looping ankommt. Brenz ruhig, Logan. Ich hab ihn. Oh oh. Ich möchte aussteigen. Und ich steh auf Looping fahren. Dieser Hamster hört einfach nicht auf, fortzulaufen. Denn er doch nur weiterlaufen könnte, ohne sich selbst großer Gefahr auszusetzen. Scheucht den Hamster ins Hauptquartier. Ich habe eine Idee. Sehr gut, mein Junge. Komm hier, Händler, Kleiner. Oh oh oh. Nach dir, du kleiner Hamsterball. Oh, seht wie er jetzt rennt. Er ist so glücklich und auch sicher. Danke, Haustier-Rettungsteam. Tja, wie es aussieht, wollte der kleine Hamster einfach nur ein wenig trainieren. Besser gesagt, wollte er ganz viel trainieren. Chili. Tippt oder klickt hier für weitere Videos und seht eure Lieblingsfreunde auf Disney Junior.